Der einfache Peilsteg in einer Bucht. Von diesem Knoten gibt es mehrere Varianten. Ich nenne den jetzt einfach mal Variante 1. Wir erhalten wie bei allen Peilstegs die eine feste Schlaufe, die für verschiedenste Dinge nutzbar ist. Dazu legen wir in die Leine eine Bucht, legen die stehende Part über die Bucht und führen diese Bucht über die stehende Leine unter diese beiden Parts von unten durch dieses Auge. Also über die Part unter die beiden. Knoten zuziehen. Einfacher Peilsteg in einer Bucht Variante 1.